Ich geriete doch einfach nur aus einem Kessel in den anderen. Ich müsste dann unter freiem Memel oder in einem Bauernhaus oder in irgendetwas ähnlichem Haus und das Ende abwarten. Ganz ausgezeichneter Mann. Und dem Russen einen so verrichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Nachricht von Keitel. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Mointer, Armee mit Masse, eingeschlossen. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebracht sind. Und jetzt das. Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Hallo wir Tonnen. Hallo wir fucked. Ich habe die Llamour. Ich habe die Llamour für das Stück, aber die Llamour durchzunehmen kann. Bei Anblick, wenn deres Stück nicht gehört ist.